Heidemann, Haustechnik aus Schwerte. Gegründet in Schwerte am 2. Januar 1952 von Ingenieur Thaddeus Hugo Heidemann. In dritter Generation steht unser Familienbetrieb mit 40 ausgebildeten Fachkräften für fachliche Betreuung, erstklassige Produkte und professionellen Rundum-Service. 160 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind immer aktuell ausgestattet. Computergestützte 3D-Badplanung zur optimalen visuellen Darstellung Ihres Traumbades. Mit unserer langjährigen Erfahrung, fachkompetenten Mitarbeitern und Professionalität schaffen wir Ihnen Ihre Wohlfühloase. Termingerechte Ausführung, auf Wunsch auch mit allen Gewerken als Generalunternehmer. Und das alles staubfrei. Unser eigenes Ingenieurbüro plant und projektiert im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung für Industrie, Gewerbe und Privathaushalt. Bei unseren erfahrenen und geschulten Mitarbeitern sind Sie in den besten Händen. Auch im Notdienst rund um die Uhr, an allen Wochentagen, auch Sonn- und Feiertagen. Firma Heidemann. Seit über 60 Jahren. Tradition in Schwerte.